Leute, herzlich willkommen bei Prozessor-Welten zu diesem heutigen Info-Video, in dem ich auf einige wichtige Punkte in der uns unmittelbar bevorstehenden 3.9 eingehen werde. Viele von euch warten ja schon auf die 3.9. Es ist nach dem Update von voriges Jahr, so Ende November glaube ich, wo Microtech ins Spiel implementiert worden ist, eines der wichtigsten, für mich persönlich wichtigsten Updates überhaupt. Zwei Punkte da drin werden für mich sehr interessant werden, auf die, wo ich schon warte und auf alles weitere werde ich jetzt dann in dem Video mal drauf eingehen. So, eine der wichtigsten Änderungen bzw. ja, Änderungen kann man sagen in 3.9 wird die begehbare Landezone von Microtech sein. Microtech wird dann ein riesengroßer, wichtiger Handelsnotenpunkt für irgendwelche Konzerne sein, für ein Paradies für kleinere technische Unternehmen und so weiter und so fort. Aber, das bringt ja uns ja im Endeffekt nichts außer halt, damit wir dann viele Sachen kaufen können und so weiter. Aber wir können landen und können die Gebäude betreten, können das Ganze mal erkunden. Es ist ja doch schon ein bisschen langweilig jetzt mittlerweile, man fliegt immer über Microtech drüber. Brauchen wir nicht diskutieren, der Planet ist ja Wahnsinn. Er hat hammermäßige Locations zu bieten, wenn die Sonne über Microtech aufgeht und man fliegt mit seinem Schiff da drüber, das ist einfach ab und beraten, macht immer wieder Spaß. Egal wie oft man es macht, aber jetzt wird es doch langsam Zeit, damit wir die ganze schöne Stadt mal endlich betreten können, mal in die Gebäude reingehen können und da uns einmal richtig schön umschauen drin. Ich rechne persönlich mit dem Patch Ende März, vielleicht wird es sogar Mitte April. Ich weiß es nicht genau, aber ich schaue es jetzt einmal so um den Dreh. Mitte, Ende März, Anfang April, so um den Dreh wird die 3.9 kommen. Ein bisschen eher wird es da vielleicht schon auf der PTU sein, wenn das der Fall ist, gibt es auf jeden Fall sofort der Infovideo. Wir werden uns dann sofort die gewissen Locations anschauen. Wie gesagt, wir werden dann in Microtech landen. Da wird es dann ebenfalls neue Missionen geben in Microtech. Das ist schon einmal sehr, sehr wichtig, damit man neue Missionen, frischer Wind ins Gang kommt. Neue Missionen, wir können dann unten einkaufen, auch Microtech wird mit Sicherheit einen Rüstungsshop geben. Also da trauen wir mal wetten. Und da freue ich mich schon, was dann wohl hier für ausgefallene Rüstungsteile oder Rüstungen geben wird. Weil jede Station hat also seinen Rüstungsshop und die sind ja doch immer, manche Rüstungen, die ein bisschen spezieller sind, gibt es nur auf gewissen Stationen, bei Grimax und so weiter und so fort. Das ist natürlich Geschmackssache, aber auch Microtech wird mit Sicherheit hier etwas anbieten, wo man dann kaufen kann. Das ist erstmal ein wichtiger Punkt, ist auf jeden Fall Microtech, das wird das Erste sein, wo ich dann nochmal runterfliege. Dann gibt es einen weiteren großen Punkt, das ist auf jeden Fall das Roleplay für euren Charakter. Ihr werdet da unten links vier oder fünf so Buttons drin haben, das erinnert dann ein bisschen an DayZ, sage ich jetzt einfach einmal, man wird dann essen können und essen müssen. Nicht nur essen, sondern auch trinken. Ja, dann kann man halt in den komischen Nudelständen, in den Automaten, da wo jetzt eigentlich alle nur die NPCs herumstehen, die Automaten sind teilweise immer wieder mal Displays beleuchtet. Da wird man sich damals zum Essen rauslassen können, an den Strafenstationen einen Hotdog kaufen können, was zum Trinkerkafferkenner und so weiter und so fort. Man wird aber das nicht nur können, ich vermute, man wird es auch müssen, damit der Charakter gesund bleibt und am Leben. Für manche ist diese Art Roleplay schön. Mich persönlich nervt das ein bisschen. Mich nervt das auch schon ein bisschen in DayZ, was ich aktuell spiele und auch bald auf meinen Kanal kommt, dass man immer so die Anzeige im Blick haben muss, oh Mensch, jetzt hat er Hunger, der Charakter, jetzt braucht er was zum Trinker. Wenn er das nicht macht, dann stirbt er da wahrscheinlich weg. Oder er friert oder und so weiter und so fort. Und genau das alles wird dann mit der 3.9 ebenfalls kommen. Natürlich in einer anfänglichen Testversion, wir sind ja nur in der Alpha, vielleicht noch nicht so stark ausgeprägt, aber das wird auf jeden Fall so ins Spiel implementiert werden, dass wir, unser Charakter, essen müssen, trinken müssen, wahrscheinlich wird er dann auch noch krank werden, dann müssen wir uns noch medizinisch behandeln und so weiter und so fort. Also da muss man seinen Charakter dann schon im Auge behalten. Und für mich persönlich nervt das ein bisschen. Mich hat das schon bei anderen Games ein bisschen genervt, wo man immer wieder bei Fallout zum Beispiel, wo man immer wieder was trinken muss, weil ich schaue da einfach nicht immer hin, ich vergesse das dann und dann plötzlich fällt der Charakter um, tot, weil ich es einfach vergessen habe. Das ist ein Gameplay, was mich persönlich, also ich spreche jetzt nur von mir, nervt andere wiederum, die finden das absolut geil, wenn sie immer wieder essen und trinken müssen. Natürlich hat das auch seine Vorzüge. Ja, man kann dann endlich die Rest-Shops, also die Raumstationen, da kann man dann Rast machen mit seinen Kumpels, kann sich dann irgendwo in so eine Pub einsetzen, in so ein Restaurant, kann man sich dann irgendwas zum Essen kaufen und was trinken, einfach dabei sitzen und dann einfach ein bisschen labern und ratschen. Man weiß ja nicht, vielleicht gibt es ja da dann ein Schnitzel, oder vielleicht gibt es dann auch eine Bedienung, die wo das Essen am Tisch bringt und so weiter und so fort. Wie gesagt, wir sind ja schon in der Anfangsphase. Da kommen wir schon länger von der Detailverliebtheit von Cloud Empyrean Games, dass da auch hier einiges bringen werden, in Bezug auf die Restaurants und auf die Nahrung und Verpflegung und so weiter und so fort. Also das wird auf jeden Fall kommen. Also wie gesagt, wir müssen essen und trinken. Dann können wir mit der ganzen Spielwelt bei 3.9 schon wesentlich besser interagieren, wenn wir es bis jetzt machen können. Teilweise, wenn man sich irgendwo hinsetzen wollte, dann ist es nicht gegangen, dann ist man gesessen, dann hat man immer Abstieg, keiner und so weiter. Das wird alles viel flüssiger sein. Gegenstände wird man immer kennen, man wird auch mit dem anderen Charakter besser interagieren können und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles in einer Testphase, in einer Grundphase. Ja, sonst darf man jetzt nicht sagen, gleich erwarten, dass es alles dann perfekt funktionieren wird. Das ist einfach nur ein Test. Wir sind immer erst in der Alpha und fertig und aus. Dann wird es auch so nicht mehr sein, wenn wir jetzt zum Beispiel vor lauter Vorfreude runterfliegen auf Microtech, weil wir ja in die Gebäude reingehen können. Wenn ihr dann aus eurem Schiff aussteigt, ist es bis jetzt kein Problem. Ihr fliegt mit einem Andersjot runter. Ich bin auch noch, ich habe nicht immer den Bock, dass ihr mal 3 Rüstungen mitnehmen. Jetzt wird es so sein, dass wir dann schön langsam Rüstungen brauchen in der 3.9, weil der Charakter wird auf Kälte und Wärme empfindlich werden und wird darauf auch reagieren. Sprich, wenn wir unten im Microtech aussteigen, wenn wir jetzt aussteigen aus dem Schiff und laufen da rum, es interessiert den Charakter nicht, da passiert nichts. Aber jetzt wird es dann schon so sein, wenn er in die Sonne blendet oder wenn wir im Schneestuh sind, dass er die Hand hebt vor sein Visier hält, dass er die Hand hebt, wenn er in die Sonne blendet und dass er dann, es wird dann auch in der Anzeige unten links wieder eingeblendet, friert. Er wird frieren, wenn es ihm zu kalt wird und er wird dann auch sterben, wenn wir dagegen nichts machen. Wenn wir dann quasi einen Kälteschutzanzug, sage ich jetzt einmal, oder die dementsprechende Rüstung anziehen, dann wird diese Anzeige verschwinden, weil es ist ja dann nicht sekundär, das ist dann kein Sekundärproblem, was wir dann lösen müssen. Und so wird es auch beim Essen und Trinken sein. Wir werden Anzeigen haben, die wo gewissen Farben gefüllt sind, wenn sie rot werden, dann werden wir wahrscheinlich was essen müssen, was trinken müssen, der Charakter wird frieren, verletzt sein und so weiter und so fort. Das Verletzte haben wir ja jetzt im Endeffekt auch schon in unserem Herz drin, mit den gebrochenen Beinen, die wo dann rot angezeigt werden und so weiter und so fort. So, das ist jetzt einmal so ein kleiner Überblick über das eine für mich wichtigsten Update überhaupt Microtech. Wie gesagt, Missionen wird es da dann auch neu geben auf Microtech, auf die, wo ich mich schon sehr, sehr freue. So, das war jetzt einmal zum Microtech und zum Charakter. Neben Microtech gibt es dann die drei neuen Monde. Das wissen ja auch die meisten schon. Und dann wird es auf Microtech auch noch einige Außenposten geben. Zum Beispiel wie auf die Planeten. Die Außenhandelsposten, nennen wir mal Tramon Myers. So in den Dreh wird es dann auch auf Microtech das geben. Ja, dann kommen wir auch weg vom New Barbic und da wird es dann irgendwo Außenposten geben, wo man dann wahrscheinlich erst als Schiffswohnen kann, wo man dann auch ein bisschen was kaufen kann, zwecks Trading oder Handel und so weiter und so fort. Vielleicht gibt es auch ein Drogenlabor auf Microtech, habe ich irgendwo gehört. Kann man alles gut vorstellen, kann man nicht vorstellen, dass es nicht kommen wird. Außenposten wird es auf jeden Fall kommen. Das ist Fakt mit der 3.9. Das war es jetzt einmal schon ein bisschen zu Microtech. Wir haben ja schon bei Microtech sein, wird der atmosphärische Flug, das Raumschiff, wird sich auch ändern, wenn wir zum Beispiel die unterschiedlichen Atmosphären durchfliegen. Da wird sich das Flugverhalten vom Schiff ändern. Ich kann mir auch gut vorstellen, das ist sogar irgendwo bei Cloud Empowering Gens bei einem Video gesehen, wenn wir dann in einen Schneesturm reinkommen, wird auch der Wind interessant werden beim Landen. Jetzt können wir noch bei jedem Wind und Wetter einfach landen. Aber wenn dann der Links zum Beispiel von Südseitig kommt oder was, dann werden wir das wahrscheinlich beim Aufsetzen merken. Da muss man dann schon ein bisschen feiner landen, als das bis jetzt der Fall ist. So, das war es jetzt erst einmal zu Microtech. Zum ersten und für mich persönlich allerwichtigsten Punkt. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, auf den, wo ich mich verdammt nochmal richtig freue. Es ist das Clash-Automated-Price in das Gefängnis. Viele haben ja da ein Problem damit. Ich unterhalte mich immer sehr viel mit Leid in Facebook und so. Was sie so meinen, manche denken, das nervt, weil dann kann man nicht viel machen und so weiter und so fort. Mit den Strafen und so weiter. Und manche wollen ja nur Piraten sein. Es wird dann so sein, wenn man Kacke gebaut hat, man kann Mist bauen. Ja, das Schlagen von Spielern, was ebenfalls noch implementiert wird, damit es besser geht. Man kann das Schlagen dann auch immer besser lernen. Hört sich jetzt blöd an und man kann richtig blocken später mal in dem Spiel. Und man muss das Blocken geübt haben, damit man sich ordentlich gegen einen Faustkampf oder einen Messerkampf, der auch kommen wird, verteidigen kann. Ja, und dann, wenn man zum Beispiel jetzt einen Spieler, sagen wir mal, wir sind jetzt irgendwo in der Stadt und man klatscht einem Spieler eine runter, dann wird es strafbar sein. Es wird aber so sein, damit man Straftaten verbergen kann. Ja, man kann Glück haben, dass man nicht erwischt wird. Oder man wird erwischt und zackt, dann hat man einen Crime-Stay drauf, der dann für 1 bis 5 geht. So wie es halt jetzt ist. Das wird es mit Sicherheit dann auch noch ein bisschen verfeinern. Und dann wird man eben die Strafe haben. Man kann sich dann von, dann wird es natürlich so sein, wenn man dann an Securities vorbeigeht, die werden einen dann mit Sicherheit anhalten und einsperren, ja, ins Gefängnis bringen, wenn man eine große Kacke gemacht hat, ne. Vielleicht werden kleinere Strafen, bloß mit einer kleinen Strafgebühr kann man die wahrscheinlich bezahlen. Aber große Strafen kann man sich dann ergeben. Es wird dann ein Emote geben, wo man sich ergeben kann. Und dann wird man wahrscheinlich mit so einer Art Schiff, keine Ahnung, weiß es nicht, mit irgendeinem Gefängnisschiff, wird man dann ins Gefängnis gebracht, ja. Und hier drin wird man dann seine Strafe absitzen müssen, auf gewissen Weisen. Man hat ja auch schon einen Boxring sein im Gefängnis. Ich kann mir auch denken, dass man mit Boxkämpfen da irgendwie was machen kann, da man sich da ein bisschen Geld erarbeiten kann. Das Gefängnis wird auf jeden Fall definitiv eine waffenfreie Zone sein und bleiben. Waffen sind hier nicht erlaubt, deshalb wird dann im Gefängnis der Faustkampf wahrscheinlich sehr interessant werden, denn auch hier wird euch nicht jeder andere Spieler freundlich gesonnen sein, ja, im Knast. Also da wird man sich dann schon den harten Gefängnisalltag stellen müssen und kann schon selber ab und zu mal ein paar Smiler verkriegen, also hinter die Rübe bekommt und dann muss man sich dann dementsprechend verteidigen, ja. Es wird also ein auch ganz eigenes Gameplay im Gefängnis geben, es wird also hier auch spezielle Gefängnismissionen geben, die wo man erfüllen kann, die wo man machen kann und so weiter und so fort. Es wird also sehr interessant werden und vor allen Dingen jeder, der im Knast ist, der hat natürlich auch was verbrochen, ja, mit unterschiedlicher Schwere, ja. Also ich bin wirklich schon sehr gespannt, was da drin wird. Wie gesagt, ein Boxring wird auf jeden Fall integriert sein, für was das dann letztendlich gehört, weiß ich noch nicht, aber es wird interessant. Es wird natürlich auch die Möglichkeit geben, damit man den aus dem Knast ausbricht, das wird es auch geben, es wird natürlich nicht allzu einfach sein, das werden es einem nicht allzu einfach sein. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man wahrscheinlich mit Freunden draußen kommuniziert, dass sie einen irgendwie behilflich sind beim Ausbruch, wie das dann funktioniert, ob man dann mit dem Schiff drüber fliegt und lässt dann ein Seil runter und man geht da dann rauf, das weiß ich noch nicht. Aber ich kann mir schon denken, dass die Jungs von Cloud Empyrium Games auch da sehr, sehr einfallsreich sein, werden, ja. Bin immer sehr, sehr sicher, es wird schon, es wird schon wirklich geil werden. Und vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich gegen eine höhere Gebühr rauszahlen kann aus dem Gefängnis, was ich dann allerdings ein bisschen für ungerecht finde, weil es wird auch Spieler geben, die wohl unwahrscheinlich reichst sein in dem Game. Ob es das jetzt das Geld erspielt haben oder mit Echtgeld finanziert haben, das weiß ich nicht, das ist auch egal, aber derjenige, der einfach mehr Kohle hat, kann sich dann eigentlich machen, was er will und dann einfach rauskaufen aus dem Knast. Oder vielleicht, dass man dann irgendwie mit Kaution da was machen muss. Wie gesagt, das weiß ich noch nicht so ganz genau, wie das sein wird. Aber das werden wir dann schon sehen. Des Weiteren freue ich mich dann noch schon auf das neue Schiff, die Esperia Prowler, so ein Truppentransporter, der, wo man optisch sehr gut voll schaut, eindeutig aus wie eine Mücke. Ja, wie erstaunen es, wenn man bei uns in Bayern sagt, so schaut es aus. Ich finde auch, dass viele der Raumschiffe alle irgendwie ein Tier nachempfunden worden sind, weil wir es sich immer so genauer anschauen, fickt bei einer Natur immer irgendeiner Viech, was genau so ausschaut, wie es die Raumschiffe tun. So, das waren jetzt auf jeden Fall meine zwei wichtigsten Punkte, auf die, wo ich mich freue. Das ist einmal der Knast und das ist das Interieur von Microtex. Und was dann auch schön sein wird, wenn man ein bisschen Essen und trinken kann, man kann sich überall Nudeln holen, man kann natürlich, ich sage immer Nudeln, weil man das einfach so gefunden hat, mal einen Hotdog holen, dann stehe die NPCs hinter den kleinen Verkaufsläden oder in den Barsen einfach so blöd rum. Und das ist schon sehr, sehr wichtig, dass die endlich einmal ein bisschen Leben eingehaucht bekommen. Aber wenn man jetzt so durch die Stationen läuft, dann ist das doch ziemlich leer und ziemlich tot alles, wenn die einfach nur rumstehen, genauso wie die Securities. Aber das wird sich bei der 3.9 ändern. So, jetzt habe ich schon wieder sauber zu viel geratscht. Jetzt sind wir schon wieder bei über 12 Minuten bei dem Video. Das lasst uns jetzt einmal bewenden bei den zwei wichtigsten Punkten. Das sind meine zwei wichtigsten Punkte, die bei mir am wichtigsten sind. Es kommen noch viele, viele andere Sachen. Es wird auf jeden Fall wesentlich intelligentere NPCs geben. Gerade im Luftkampf wird es dann immer ganz so einfach sein, dass man ein NPC runterholt. Auch der atmosphärische Luftkampf wird dann interessant werden, gerade in Bezug auf die NPCs. Aber ich könnte jetzt noch Stunden weiter erzählen von Neuigkeiten. Ich werde immer wieder mal so Videos einschmeißen von Punkten, die bei mir persönlich sehr, sehr wichtig sind. Ja, vielleicht ist einer für euch leid dabei, die wollte jetzt sagen, ja, das sind jetzt seine Punkte, die bei mir interessiert, was ganz anderes für mehr. Das ist auch gut, das ist auch recht. War ja schlimm, wenn jeder so die gleichen Interessen hätte. Okay Leute, das war es jetzt einmal meine zwei wichtigsten Punkte zur 3.9. Hoffen wir mal Ende März, Anfang April. Vielleicht kommt es auch schon Mitte März. Wenn es in dem Bezug auf jeden Fall irgendwas gibt, dann werde ich euch auf jeden Fall gleich mit dem Video informieren. Dann brauchst du keine Angst haben. Ja, denn ich bin schon richtig scharf, dass ich endlich im Mycotech landen kann und dann reingehen kann. Und dann endlich begrüßt man nicht mehr Zeit, beziehungsweise lang müssen wir nicht mehr warten. Das ist jetzt ein bisschen blöd ausgedruckt werden. Vier Wochen, fünf Wochen, so in dem Dreh, vielleicht auch nicht mehr ganz so lang. Dann ist endlich soweit, die 3.9 kommt. Und von mir gibt es dann auf jeden Fall Infos in Hülle und Hülle. Und bis jetzt bleiben wir halt einfach nochmal so mit Missionsvideos. In dem Sinne Leute, wünsche ich euch viel Spaß. Wenn es euch gefallen hat, gebt es mir ein Abo, gebt es mir ein Like bei Fragen einfach unten drunter. Ciao, bis zum nächsten Mal.